UFO, it's not for everyone. Willkommen bei einer neuen Folge Durch die Blume, heute mit einem Gast. Er heißt Professor Doktor David Matosiewicz und er ist Professor für Medizinmanagement an einer der größten Fachhochschulen Europas. Seit 2015 leitet er als Dekan den Hochschulbereich Gesundheit und Soziales. Und erster Professor Doktor hier im Podcast. Willkommen, David. Hallo, freut mich hier zu sein, Berlin. Cannabis und Gesundheit. Die erste Frage wäre so, wo hast du denn Berührungspunkte mit der Cannabisbranche? Also irgendwie hängt alles miteinander zusammen, wie wir wissen. Gesundheit und auch verschiedene Möglichkeiten, das zu therapieren oder entsprechend da entgegenzuwirken. Und ich meine, das Thema ist ja alles nicht neu. Ich glaube, die Pharmazie hat ja in der Naturheilkunde ja irgendwo ihre Ursprünge. Und man kann natürlich hier heute diskutieren, wie klassische medizinische Ansätze, wie zum Beispiel eben auch im Bereich des Cannabis, eben Medizinalkannabis gibt es ja heute. Vielleicht ordnen wir das am Anfang ein bisschen ein, da auch für die Zielgruppen, wie zum Beispiel Kinder, Jugendliche oder Ältere in Zukunft eine Rolle spielen werden. Ja, ich habe in letzter Zeit relativ viele Bereiche gesehen, wo sich das entwickelt hat. Sage ich mal, angefangen bei diesem CBD-Trend mit Cremengeschichten. Jetzt ist so Entkriminalisierung, Legalisierung auch bezüglich THC im Gespräch. Wie ist denn da die aktuelle Lage generell? Aus meiner Sicht gibt es so zwei Streams. Der eine Stream ist Medizinalkannabis, über den Arzt verschrieben, in bestimmten Indikationen, über die Apotheke vertrieben und so weiter. Und das andere ist dieses CBD, also das ist THC. Das andere ist CBD, das ist eben das Thema frei verkäuflich beim Cannabishändler um die Ecke. Irgendwelche Cookies, irgendwelche Cremes und so weiter. Also eher homöopathisch. Das Ganze als Marketingthema sehr stark getrieben. Und beide Welten laufen heute jetzt parallel. Und spannend ist auch sozusagen, wie beide irgendwie auch zusammenkommen. Und daraus entwickeln sich auf beiden Seiten Geschäftsmodelle. Und das ist eben ziemlich spannend, weil das Thema ist in der breiten Bevölkerung jetzt gerade angekommen. Und weg von dieser Schmuddelecke vorher. Und sowohl auf der Seite der Investoren, Geschäftsmodelle ist es interessant, seitens der Konsumenten interessant. Patienten natürlich viele hoffen bei zum Beispiel Schmerzen, auch da in diese Richtung dran zu kommen, die vorher das irgendwo im Fitnessstudio illegal gekauft haben. Um ihre Schmerzen irgendwie her zu werden. Kriegen das vielleicht heute dann einfacher oder in Zukunft einfacher über Apotheken und ähnliches. Also es gibt ganz viele Dimensionen. Ja, auf das Thema so Investmentgeschichten kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Du meintest aber gerade so in Bezug auf diese CBD-Geschichte, dass das auch viel Marketing, sage ich mal, ist. Würdest du aus medizinischer Perspektive sagen, ja, das ist halt mehr so ein Marketing-Clou gewesen. Und eigentlich hat es jetzt nicht so einen großen medizinischen Effekt, wie in einer breiten Maße vielleicht gesagt wird. Ja, also man muss einfach auch schauen, was ich für einen Markt habe. Ich sage mal, ich habe letzte Woche den Franyo Poth getroffen, der Mann von Verona Poth, der hat mir so seine neue Kollektion gegeben. Das sind Cremes. Auch mit CBD oder was? CBD, genau. Der kostet eine Creme 300 Euro oder so. Und das ist natürlich da in diesem Kontext mehr Marketing, glaube ich, weil einfach homöopathische Mengen dort eingestreut werden und das Ganze so ein bisschen fesch und so weiter rüberkommt. So, das ist eine. Aber natürlich gibt es im Bereich Medizin Forschung und auch Verschreibung, natürlich auch Anwendungsfelder, wo eben aber zunehmend Forschung wichtig ist, um den Effekt von Cannabis bei, zum Beispiel Schmerzen oder ähnlichen Dingen wirklich zu erforschen. Also wirklich als Medikament. Und das ist eine ganz andere Liga. Ja, ich wollte gerade sagen, weil das macht ja dann eigentlich diese Geschichte, so Marketing-mäßig, da irgendwie CBD mit in eine Creme reinzupacken, ist ja dann fast wiederum schlecht für das medizinische Image vielleicht, was CBD ja auch hat. Kleyer in der Cannabis-Branche. Thema medizinische Cannabis-Branche. Was für Beobachtungen hast du da denn so angestellt in den letzten Jahren? Oder gibt es da irgendwie, findest du irgendwas, läuft da gut oder läuft da schlecht? Ich komme aus der Gesundheitsbranche. Und viele vergessen, dass es so Randgebiete in der Gesundheitsbranche gibt. Zum Beispiel ist ein Randgebiet Fitness. Da denkt man auch, ja, Fitness, Muckiboden und so weiter wie früher. Das gehört aber auch, wie gesagt, Gesundheitsförderung, Prävention zur Gesundheit. Genau gibt es jetzt die Cannabis-Branche, die auch relativ, ich sag mal, neu ist in diesem legalen Umfeld und so weiter. Das war ja früher etwas sozusagen... Ja, Verruf. Ja, Verruf geraten. Ja, Verruf geraten, hinter der Ecke irgendwo heimlich gedealt und so weiter. Und jetzt kommen diese Welten zusammen. Es wird salonfähig. Und das ist ganz spannend zu sehen einfach, welche Leute da auftreten plötzlich. Zum Beispiel jetzt, es gibt auch mal so diese White-Collar-Leute, die im Anzug und Krawatte da jetzt denken, ja, verdienen wir richtig Geld mit, müssen wir Aktien kaufen, müssen wir irgendwie investieren. Ja. Die da irgendwie auch nicht so richtig reinpassen, aber da irgendwie aus Investmentsicht das spannend finden. Und dann gibt es natürlich so die klassischen Skateboarder, Kiffer, die man so kennt, die plötzlich denken, hey, wir können da auch, wir brauchen da auch irgendwie ein Bankkonto und können das in Zukunft vernünftig verkaufen und vielleicht einen Store aufmachen und so weiter. Also diese beiden Wellen prallen da zusammen. Und die Medizinalbranche, die eben klassisch Ärzte, Apotheken, die sich damit auch ernsthaft beschäftigen, weil natürlich die Patienten schräg durch die Apotheken, Kunden plötzlich durch die Tür kommen und sagen, hier, ich habe gehört, es gibt da noch was. Und bis jetzt kommt mir mein zum Beispiel Schmerzen keiner helfen oder meinem Stress oder was auch immer. Und jetzt will ich das auch mal ausprobieren für mich. Dann wird man dadurch konfrontiert. Und ich glaube, dadurch kommen hier verschiedene Streams so zusammen. Und das ist ziemlich spannend für mich als jemanden, der das aus wissenschaftlicher, praktischer und Geschäftsmodell-Sicht beobachtet. Ja, wenn du es jetzt aber mal aus so persönlicher Sicht betrachten würdest. Ich höre so im Unterton, dass du schon Befürworter dafür bist, dass sich mit dem Thema ein bisschen mehr befasst wird und dass das vielleicht auch eine Rolle einnehmen kann. Höre ich das richtig? Also ich sage mal so, ich finde es spannend, was es für neue Ansätze gibt. Also ich finde es zum Beispiel spannend, natürlich in der Psychiatrie, Psychotherapie gibt es seit 20 Jahren immer die gleichen Pillen. Da gibt es kein Fortschritt. Jetzt gibt es plötzlich Microdosing und solche Geschichten. Das sind ja verschiedene Substanzen, die in ganz kleiner Dosis irgendwie das Bewusstsein erweitern. Und dann brauche ich nicht mehr 20 Therapiesitzungen, sondern 5. Und genauso ist es ja hier genau das Gleiche. Ist das ein Stoff, ein Wirkstoff, den ich nutzen kann für einige Indikationen im Bereich Mental Health oder in anderen Bereichen. Und deshalb lohnt es sich da mal auch aus professioneller Sicht draufzuschauen. Microdosing. Ja, ist jetzt vielleicht nicht in Bezug auf Cannabis, aber so Thema Microdosing. Meint das dann auch die Geschichten mit Microdosing, LSD, Mushrooms und sowas, das ist ja meistens das. Genau, und es gibt hier in Berlin zum Beispiel eine Psychotherapiepraxis, arbeiten schon damit. Das heißt, unter kontrollierten Bedingungen werde ich dann sehr schnell sozusagen bewusstseinserweiternd, weil am Ende ist Psychotherapie, da geht es um Umbau im Gehirn. Und wenn ich dann diese Substanzen nehme, geht dieser Umbau schneller als ohne. Ja. Und das ist der Ansatz, ich finde, das sollte viel mehr erforscht werden, weil heute eben Depressionen, psychische Erkrankungen, also das ist eine Volkskrankheit, Millionen Menschen leiden darunter. Ja. Und die Medikation, die wir heute haben, einfach nicht zielführend ist, weil das mit Gießkanne, sowas Gehirn und irgendwas passiert da. Und wie gesagt, in den letzten Jahren keine großen Pharmafortschritte. Ja. Vielleicht ist das ja ein Bereich, wo man entsprechend auch nochmal tiefer reingucken muss in den Studien. Gibt es dort schon irgendwie etablierte Studien, die gerade mal, ich sage mal, bei Microdosing, wo man auch sagen kann, ja, das hat jetzt einen Einfluss auf das Gehirn, das jetzt da die Wege oder das ist ja Gehirnplastizität, die da, sage ich mal, Neuroplastizität, wodurch dann neue Trampelfade, sage ich mal, von alten Verhaltensmustern weg sind. Gibt es da schon Studien, die das so ein bisschen in Richtung lenken? Also das ist nicht mein Hauptschwerpunkt, aber was ich weiß, es gibt viele Beobachtungsstudien, also sozusagen so kleinere Studien mit kleinen Kohorten und Erfahrungsberichte, so N gleich 1. Also klassisch so, der Patient ist hingegangen, man hat das gemacht und was kam raus. Also ich sage mal, auf sehr niedrigem wissenschaftlichem Niveau, weil größere Studien mit tausenden Menschen, aus ethischer Sicht im Moment auch schwierig, weil diese Substanzen ja gerade erst erforscht werden. Das sind eben Zulassungsstudien wie BFARM und so weiter, die müssen ja erstmal ganz klassischen Studien, erst mit Tieren, dann mit kleiner Zielgruppe, dann ohne Krankheit, dann mit Krankheit und so weiter. Wie man es eben kennt, jetzt Corona-Impfstoffe, das sind verschiedene Stufen. Und erst wenn das durch ist, würde man dann in der breiten Bevölkerung auch mal, in der sogenannten Anwendungspraxis auch mal weitergehend, Studien, wo dann die Nebenwirkungen und so in breiter Masse zu sehen sind. Soweit sind wir ja noch, wir sind ja ganz am Anfang. Aber sowas sollte eben weiter forciert werden. Ja, ich kriege das auch immer mit, dass voll viele Studien so eine geringe Stichprobe haben, dass die meistens gar nicht valide sind. Wo soll das hingehen oder was würdest du sagen, welche Probleme gibt es da und was könnte man da optimieren? Ja, was kann man da optimieren? Also ich glaube, wir müssen erst mal das Image ein Stück weit verbessern. Das Image im Sinne von Glaubwürdigkeit, Vertrauen, um den gesellschaftlichen Diskurs dann ganz auf und dann später im wissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen voranzutreiben. Das heißt, ich vergleiche das mal mit der Pharmaindustrie. Da hat es auch Jahrzehnte gedauert, weg von Tierversuchen und so weiter. Oder andere Skandale, die es da eben gab, da wegzukommen. Das dauert Jahre in den Köpfen der Leute. Oder früher Umweltchemie, verpestete Flüsse und so weiter. Das dauert. Und genauso wie Cannabis heute, wie gesagt, ich habe ja auch, wenn ich Cannabis irgendwie denke, sehe ich einen Skateboarder irgendwie und einen Joint im Mund und irgendwelche Sprayer und irgendwelche alternativen Leute im Hawaii-Hemd. Das stelle ich mir mit Cannabis-Branche vor. Und das dauert ja, dass, wie gesagt, etwas in der Gesellschaft, Politik, Wirtschaft ein Stück weit zu professionalisieren. Und das fängt eben damit an, dass ich das auch mit guten Produkten, nachgewiesenen Produkten, aber auch mit insgesamt einer breiten Bevölkerung auch mal diskutiere und salonfähig mache. Also es geht am Anfang aus meiner Sicht so ein bisschen Image-Rolle. Von Cannabis in der Gesellschaft so eine Rolle hat das. Und dann geht es eben in einzelne Geschäftsmodelle und so weiter. Das heißt dann von den beiden Welten, also der medizinische Bereich und der Skateboard-Kiffer. Würdest du sagen, müssen wir das Game dahingehend optimieren, dass wir weg von diesem Skateboard-Kiffer-Image in Richtung medizinischer Nutzen kommen? Oder sollte man da jetzt nicht so auf die Skateboard-Kiffer, weil das ist ja so negativ konzentriert? Also ich glaube, wie immer im Leben, es gibt verschiedene Zielgruppen, verschiedene Touchpoints zu dem Thema. Und es gibt im Lifestyle-Bereich sicher Anwendungsfelder, im Beauty-Bereich, im Medizin-Bereich. Und wir müssen das aber gedanklich so ein bisschen Trenn oder Trennschärfe reinbekommen. Worüber reden wir hier gerade, wenn wir überhaupt keiner mehr reden? Reden wir über eine Party-Geschichte, ein Thema Stressabbau, so ein bisschen Konsum, wie Alkohol heute, oder reden wir in harten Krankheiten und Therapien oder eben in ganz anderen Bereichen? Weil rein theoretisch, wenn es jetzt diese beiden Lager gibt, muss man ja sagen, die aktuelle Situation sieht ja schon so aus, dass sich Patienten schon Cannabis kaufen können und damit ja der medizinische Bereich rein theoretisch abgedeckt ist. Also da ist es ja dann schon möglich und legal, sage ich mal. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil ich muss ja immer noch zum Arzt. Der Arzt muss eine Indikation stellen und auch verschreiben. Und da ist das hochreglementiert. Und ich kann nicht zum Arzt sagen, lieber Hausarzt, hätte gerne irgendwie mal ein paar Gramm Cannabis zum Ausprobieren, sondern da ist ja auch ein Algorithmus dahinter beim Arzt und an Verfahren, Prüfungen und so weiter. Also das ist nicht so easy, da dran zu kommen. Cannabis im Gesundheitssystem. Kommen wir aus der Krankenkassenwelt, dann gibt es noch Regresse der Krankenkassen. Also wenn jetzt ein Arzt anfangen würde, jedem zweiten Cannabis zu verschreiben, dann kriegt er irgendwann eine große Rechnung von der Krankenkasse, weil die Krankenkasse in diesem Markt bezahlt ja die Krankenkasse die Rechnung. Und die bezahlen das ja nur, wenn das irgendwo sinnvoll eingesetzt wird oder substituierend in einer Chemie oder was anderem zu einer Therapie irgendwie hilft. Und das ist ja Solidargemeinschaft und das ist ja reglementiert. Und deshalb ist der Zugang aus meiner Sicht gar nicht so einfach und so breit, weil man jetzt heute auch diese Studienlage, die fehlende, eben als Legitimation als Mediziner nicht eben so leichtfertig hat. Zum Thema Krankenkassen könnte es nicht vielleicht sogar sein, dass wenn jetzt Cannabis als Medikament, sage ich mal, weiter vorstößt, dass die Krankenkassen sogar sparen könnten, weil vielleicht andere Medikamente an der Stelle genauso wirken, aber Cannabis wirkt besser und ist günstiger. Auch da muss man sehr differenziert reingucken. Ich glaube, auf der einen Seite würde jetzt ein Krankenkassenvertreter sagen, ja, vielleicht haben wir sogar mehr Kosten, weil die ganzen psychischen Schäden der jugendlichen Kiffer da auch ins Solidarsystem am Ende landen. Also das ist auf der einen Seite, wie gesagt, Schaden durch Überkonsum oder durch Fehlkonsum oder Missbrauch. Auf der anderen Seite, klar, vielleicht ist dann sozusagen der Cannabis-Wirkstoff wenn der günstiger in der Produktion als auch in der Verbreitung ist, als jetzt der chemische Stoff, könnte das natürlich zu Spareffekten kommen. So auf beiden Seiten. Aber das kann man jetzt noch nicht so direkt sagen. Ich denke mal, für eine Krankenkasse könnte auch das wieder ein spannendes Marketing-Thema sein, wenn eine Krankenkasse sich spezialisiert auf eine Zielgruppe Generation Y und so ein bisschen alternativ oder Naturheilmittel ist ja heute auch so, dass Naturheilmittel in einigen Krankenkassen verschrieben werden, andere nicht aus auch da Marketinggründen, genau wie Homöopathie. Also auf diesem Niveau, Naturheilmittel, Homöopathie, Cannabis aus Marketing-Sicht. Und das andere ist wirklich wieder auch leider harte medizinische Therapien, die allerdings, ja, dass das sicherlich noch ein paar Jahre dauert und eine eher kleine Zielgruppe wahrscheinlich treffen werden. Technologien und Innovationen. Gibt es in der Cannabis-Branche Technologien, auf die man in Zukunft besonderen Wert legen kann? Für die Cannabis-Branche finde ich jetzt natürlich diese ganze AI-KI-Geschichte, asynchrone Chatbots und so weiter. Super spannend, weil ich da Fragen stellen kann und kriege Antworten. Zum Beispiel jetzt, kann ich Cannabis und ein Bier zusammennehmen? Ja. Oder hilft das gegen Migräne? Ja, also solche Fragen. Wie so ein Lexikon für, ja. So Q&A. Also ich frage den Chatbot, ich kriege eine Antwort. Ja. Darf ich, wenn ich schwanger bin, Cannabis zu mir nehmen? Ja. Ist das schädlich? Was gibt es für Studien? Und ich glaube, das zur Aufklärung jetzt gerade in dieser Phase, ist das ziemlich spannend. So eine Cutting-Edge-Technologie wie ChatGPT jetzt gerade. Ja. Da fällt mir auch ein, da hatten wir mit unserem Botaniker drüber geredet, dass Blockchain auch so einen eventuellen Nutzen haben könnte in der Supply Chain, dass man dann nochmal so gegenseitig verifizieren könnte. Das kommt von da. Glaubst du, das könnte auch eine Rolle spielen vielleicht? Ja, ich glaube, das geht heute viel einfacher, dass man die Herkunft vom Anbau bis zum Konsumenten, dass man eben sicher sein kann, dass es gutes Zeug ist, aus guten Quellen und so weiter. Also Blockchain ist ja so eine Art Verschlüsselung, dass man sicher sein kann, dass das Geld, die Transaktion passt. Ja. Aber ich glaube, das geht auch einfacher heute mit verschiedenen Zertifikaten oder sonst was. Und ich glaube, am Ende ist es ein Stück weit das Vertrauen in Marken. Und deshalb sind, glaube ich, jetzt viele dabei, aus der Cannabis-Branche ihre Marken aufzubauen, aufzustellen. Weil wir wissen ja von Amazon und Co., wenn ich eine große Marke habe, einen großen Marktplatz habe, wo ich einfach ein Vertrauen habe im Markt, dann brauche ich auch keine Blockchain. Dann reicht auch, wie hier die Apotheke um die Ecke, will ja auch keine deren Lizenz irgendwie sehen. Oder wo die Daten gespeichert werden. Obwohl das dann natürlich auch wieder ein Problem sein kann, wenn diese ganzen Sicherheitsregulierungen bei einem großen Player liegen, hat der dann natürlich vielleicht auch wieder die Möglichkeit, da Scheiße zu bauen. Ja, aber wieso sollte er das tun? Er will ja Geld verdienen und wird das nur tun, solange kein Reporter da irgendwie böse Fragen stellt. Ja, stimmt auch wieder. Und deshalb, ich glaube, da ist in der heutigen transparenten Internetwelt, überlegt man sich dreimal, ob man schnell viel Geld verdienen will oder langfristig Geld verdienen will. Schwarzmarkt und Betäubungsmittelgesetz. Glaubst du, die Legalisierung würde tatsächlich eine Verkleinerung des Schwarzmarkts nach sich ziehen? Ich glaube schon, weil ich glaube, es gibt genug Menschen, die haben auch ein besseres Gefühl und zahlen ein bisschen mehr oder wie immer, wenn sie sicher sein können, dass das eben gute Rohstoffe sind, um es mal so auszudrücken und auch eine Marke und ein Vertrauen drin haben. Aber ich hätte natürlich immer die Grundangst, auch ich sage mal, als normaler Konsument, also wenn ich das irgendwo, ich weiß, ich weiß, ich da kaufe. Und vielleicht gibt es natürlich auch den Solidargedanken an der Stelle auch, okay, ich zahle dann meine Steuern und so weiter, aber es ist alles geprüft und ähnlich und ich möchte ja sozusagen, erst einmal gehe ich ja vom guten Menschen aus, ich möchte die Kriminalität unterstützen, sondern eher sozusagen mein Thema, nämlich in dem Fall, weiß ich nicht, Metal Health, Schmerz, was auch immer, begegnen und das auf einem ganz normalen Weg und nicht selber stigmatisiert werden, nämlich stigmatisiert kaufe. Sollte Cannabis beziehungsweise THC deiner Ansicht nach aus dem BTMG gestrichen werden? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann mich als Nicht-Mediziner, ich bin zwar Medizinwissenschaftler, als Nicht-Mediziner im Moment nicht beurteilen, natürlich ist das BTMG ein sehr hohes Hürde. Das würde dem Markt sich helfen, wenn man die Hürde absenken würde und das ist wie ein ganz normales, rezeptpflichtiges oder zumindest apothekenpflichtiges Medikament behandelt. Das sind verschiedene Stufen, die wir da sind. Also die Herabse-Senkung der Stufe, glaube ich, würde Sinn machen, weil man nur so das Ganze irgendwie auch größer ziehen kann. Gibt es da verschiedene Stufen? Also das eine wird als super hart eingeschätzt und das andere als... Also es gibt ja, wie gesagt, apothekenpflichtig, ja, nein. Also in der Apotheke gibt es ja, wissen wir alle, irgendwelche Vitamintabletten, die kriege ich entweder im Supermarkt, in den USA gibt es ja viel im Supermärkten und ähnliches. Sonst gibt es sowas nur in der Apotheke, aber als sogenanntes OTC, over the counter, ich kriege es einfach, ich kaufe es. Dann gibt es welche, da braucht man ein Rezept für. Das ist wieder die nächste Hürde. Und die Betäubungsmittel ist dann wieder die nächste Hürde. Und dann gibt es eben auch abgeschlossene Räumlichkeiten und Kühlungen und so weiter. Also es gibt ein paar sozusagen Eskalationsstufen. Ja, das heißt, wenn es auch rausgestrichen wäre aus dem Gesetz, dann hätten wir auch gar nicht mehr so eine Regulierung auch viel schwerer, rein theoretisch. Nee, nee, das wäre nicht. Oder es geht nur um die Herabstufung. Das wäre einfacher, das eben zu verschreiben und als Apotheke abzugeben. Das wäre eigentlich sozusagen Verbreitung. Das wäre sozusagen, also eigentlich ist es aus der Branche gesehen wünschenswert, dass das eben kein Betäubungsmittel ist, weil der Zugang dadurch in der breiteren Bevölkerung darstellt. Und vielleicht könnte das auch den Ärzten so ein bisschen Angst nehmen. Also das habe ich auch oft mitbekommen, dass viele Ärzte noch Angst haben, das zu verschreiben, weil sie sich der Konsequenzen nicht bewusst sind oder glauben, dass es starke Konsequenzen gibt. Wobei das ja jeder Hausarzt eigentlich machen kann, soweit ich das weiß. Aber für bestimmte Indikationen. Man muss das eben gar koppeln an Krankheiten und so weiter. Und da kann man, wie gesagt, von der Krankenkasse auch mal einen Brief bekommen, wenn man da jetzt ein bisschen viel verschrieben hat und ähnliches. Also das ist gar, wir sind ja in so einem Transformationsmarkt, so wie immer. Und ich kenne das von Ärzten. Generell Ärzte scheuen es, innovative Medikamente auch zu verschreiben, weil sie eben Angst vor Regressen haben. Wenn sie irgendein, ich sage mal, irgendein Medikament, das 20 Jahre auf dem Markt ist, verschreiben, dann ist klar, machen sie sich auch nicht haftbar. Und Haftung bei Ärzten ist ein großes Thema. Geschäftsmodell Cannabis. Zum Thema Startups. Also wir haben das jetzt hier in Berlin kriege ich das mit oder deutschlandweit. In Amerika kriegt man es ja auch schon mit. Viele Investoren versuchen in Deutschland Fuß zu fassen. Wie bewertest du so bisher die Geschäftsmodelle von den Startups, die so aufgeploppt sind? Gibt es dort irgendwie Sachen, die du gut findest, wo du sagst, ja, das macht Sinn? Oder ist es vielleicht auch so, dass man eigentlich noch gar nicht das einschätzen kann, weil natürlich die Gesetzeslage noch gar nicht gegeben ist? Also bis jetzt, ich glaube, viele gucken jetzt gerade in den USA oder Kanada, was da so los ist. Und dieser Markt ist ja wie in anderen Branchen auch. Man guckt, was passiert im Übersee, weil es da gut läuft. Und es gibt da Unicorns mittlerweile, also Unternehmen, die sind eine Milliarde Euro, Milliarde Dollar wert. Also das gibt es ja alles dort. Und dann denkt man, hey, Green Rush machen wir hier auch, bauen das nach und überlegen, wie wir das eben auch partizipieren können. Deshalb ist ja gerade wie so eine Goldgräberstimmung, nur ein Grün, gerade ja da. Ja, und von daher gibt es, glaube ich, jetzt viele, die sich auf den Weg machen. Und die Frage ist natürlich immer, wer wird jetzt das Amazon von das Cannabis werden? Wer hat die größte Plattform, die größte Community, die größte Brand? Weil die, man nennt das ja heute Attention Economy, die die größte Aufmerksamkeit haben, die haben das größte Business morgen. Und so gibt es die Leute, die schon seit drei Jahren ihren Store da irgendwo angemietet haben und warten ab dem Moment, wo sie richtig loslegen können. Und dann gibt es andere wiederum, die Aktien gekauft haben von irgendwelchen Unternehmen, die warten einfach, bis es auch da wieder losgeht. Es gibt verschiedene Ebenen. Aber ich glaube, viele haben sich auf den Weg gemacht und beobachten das sehr stark aus Investment-Sicht oder aus ideeller Sicht. Aber die Professionalisierung muss da sein. Und wie gesagt, wir brauchen da die ganze Start-up-Regeln wiederum. Ich brauche gewisse Dinge, um ein Unternehmen zu führen. Da bezweifle ich im Moment, ob die Cannabis-Community, das sind ja keine BWLer. Ja, also jetzt klassisch, wie man BWLer kennt, die irgendwie Buchrechnung gelernt haben. Also ein paar BWLer habe ich auch schon kennengelernt in der Cannabis-Sinn, aber klar, das ist grundsätzlicher. Der normale, ich sage mal, viele, die heute damit Geld verdienen wollen, die denken eher ein bisschen sozialromantisch. Wir fangen an die Welt, alles wird blumig und so weiter. So ein bisschen wie in den 60ern. So Freiheit für alle, Cannabis für alle. Aber da hängen ja ganz harte Kriterien, Key Performance Indicators, alles aus der BWL-Welt. Finanzkennzahlen, damit ich ein großes Business habe, muss ich in der Bank eben sagen, ich brauche mal einen Kredit von euch. Die Bank fragt dann ja, womit verdient ihr Geld, wie? Und spätestens dann brauche ich nicht nur ein Bankkonto, sondern eben auch viele andere Dinge. Die, sage ich mal, USA, die das ja schon so ein bisschen vorgelebt haben. Da wäre ich so ein bisschen skeptisch, weil ich habe jetzt gesehen, Karl Lauterbach hat so sehr viele skeptische Fragen bekommen. Ja, es funktioniert ja nicht gut in L.A. Man sieht, dass die Zahlen der Konsumenten extrem steigen, dass auch die Nachteile steigen. Auch das niederländische Modell funktioniert nicht gut. Und dann sagt er immer als Gegenargument, ja, wir machen es ja auch ganz anders als die anderen. Wir haben ja jetzt unser eigenes Modell und wir sind als Deutschland Vorreiter auch in der EU für ein neues Modell der Cannabisbranche. Spricht das nicht eigentlich dagegen, dass man generell diese Modelle irgendwie hier übersetzen kann nach Deutschland, zum Beispiel von den Niederlanden oder USA? Ja, also grundsätzlich machen wir ja Gesundheitssysteme seit Jahren, auch Vergleich von Gesundheitssystemen. Und das ist so, andere Länder, andere Sitten, andere Kultur, das fängt da an. Und deshalb ist es schwierig, aus anderen Ländern Dinge zu übernehmen. Man kann Learning so ein bisschen mitdenken, aber die Menschen sind in L.A. auch ganz anders, vielleicht hier nicht in Berlin, aber sonst in Deutschland, wie jetzt dort. Und ein großes Land lässt sich schwieriger steuern als ein kleines Land. Und Deutschland ist vergleichbar zu USA, natürlich ein kleines Land und so weiter. Also ich habe ganz andere Mechanismen. Und ich glaube schon, dass wir in Europa andere Werte, Faktor Mensch, Daten und entsprechend eine Qualität auf den Tisch legen. Auch gute Reglementierung, weil vielleicht mal noch zu viel davon. Und wenn wir es hier machen, also da kann man ja schon fast umdrehen, sagen, you can make it here, you can make it everywhere. Und ich glaube schon, wenn wir es hier machen würden, dass dann genug Ärztegremien, Krankenhaus-Apothekengremien da ihre Finger mit im Spiel haben, weil die a. mitverdienen wollen und b. sozusagen auch partizipieren wollen, dass das ein guter Prozess wird, der auch international wiederum Blaupause wird. Also ich meine, in Holland ist das jetzt auch keine Vollkatastrophe. Ja, das wird natürlich immer so dargestellt, dann auch ein bisschen Pfeffer zu geben an den Gesundheitsminister. Aber ich glaube, wir sind gut daran, ein Stück weit auszuprobieren in gesicherten Settings, Experimentierfelder zu schaffen. Man muss ja nicht mit der großen Keule über alles machen, sondern in bestimmten Regionen, in bestimmten Therapiebereichen, einfach experimentell fast schon, Erfahrung sammeln und dann gucken, was ist gut, was ist nicht gut, in welchem Milieu oder in welchem Quartier funktioniert es und dann sieht man noch. Wie siehst du das so, was amerikanische Investoren angeht? Also ich kriege das mit, klar, die wollen auf den deutschen Markt, weil sie hier auch ein großes Potenzial sehen. Kann das vielleicht auch sein, dass man überhaupt darüber redet, ja, wir könnten das so wie in Amerika oder bla 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 machen, weil vielleicht auch einfach so Investoren aus dem Ausland hier versuchen, diesen Markt zu übernehmen. Und haben die es nicht besonders schwer, gerade wenn man diesen Eckpunkteplan sieht, der ja eine Supply Chain komplett in Deutschland vorsieht. Damit hast du ja die ganzen amerikanischen Investoren eigentlich ausgespielt, die ja vielleicht auch darauf hoffen, ihr Cannabis zu importieren oder zu exportieren nach Deutschland, dass sich das dann so ein bisschen aufhebt. Und die zwar Geld schicken, aber eigentlich zum Schluss vielleicht Probleme dann bekommen? Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist ja bei jedem Startup so. Und ich glaube, durch die europäischen Werte und unsere deutsche Gründlichkeit kann das ein sehr interessantes Geschäftsmodell werden, auch für US-Investoren, die halt ein deutsches Produkt, deutsche Logistik und so weiter investieren. Also das kann man natürlich transnational sehen als Riesenprojekt oder eben sagen, okay, es gibt hier einen Markt, der vielleicht international ein Nischenmarkt ist, aber der sehr gut aufgebaut ist und sehr vertrauenswürdig ist und vielleicht sogar ein Exportmarkt ist. Ich meine, am Ende hängt es auch ein bisschen von der Qualität insgesamt ab. Und wenn man hier eine bestimmte Nische bedient, ist das auch hier in Deutschland sicherlich ein Multimillionenmarkt. Ja, gibt es denn aus deiner Sicht, ohne jetzt vielleicht einen direkten Tipp oder vielleicht einen direkten Tipp, gibt es ein Cannabis-Startup aus Deutschland, in das du investieren würdest selbst? Also ich würde jetzt keinen Namen nennen, weil so tief habe ich mich da nicht in die Zahlen eingearbeitet. Aber ich finde das grundsätzlich interessant und könnte mir vorstellen, dass ich, wenn das in den Bereich zum Beispiel in meinen Bereich gehen würde, Mental Health zum Beispiel, in diese Bereiche, wenn es da wirklich nachgewiesene Studien gibt und eine starke Marke, die sich da auftut, und dass das eben auch für mich grundsätzlich interessant wäre, sich das genauer anzugucken, auch aus Investor- oder Business Angel-Sicht. Der Markt ist relativ undurchsichtig und am Anfang. Und da würde ich erstmal ein bisschen, glaube ich, abwarten, was sich da so auftut. Und ich würde immer das Startup fragen, was ist euer USP? Weil ich mache irgendwas mit Cannabis, super. Aber was genau, welche Zielgruppe? Und dann stellt sich natürlich für den Investor immer die Frage, womit verdient ihr konkret Geld? Wie ist da die Marge? Und wie wollt ihr, anders als die anderen, da die Marktdurchdringung machen? Ja, wo werden denn gerade aktuell die größten Investitionen getätigt im Cannabis-Bereich? Im Cannabis-Bereich weiß ich nicht, aber die Gesundheitsbranche als solches ist ja ein Megamarkt und ein Megafeld überhaupt. Und ich habe letztes Mal irgendwo einen Artikel gelesen, das wertvollste Unternehmen in Zukunft wird ein MedTech-Unternehmen sein. Wenn ich jetzt das eben übersetze, heißt... In der Cannabis-Branche? Nee, generell. Generell, ja. Ich bin jetzt erstmal generell unterwegs. Aber wenn ich das übersetze auf die Cannabis-Branche, ist ja, wenn ich das als Teilmenge sehe, wächst diese Branche ein Stück weit mit. Ich würde mir immer die Megatrends anschauen und daran sozusagen ein Stück Kuchen abschneiden. Und die MedTech-Branche ist eine, wo gerade besonders viele Investitionen getätigt werden. Was heißt das eigentlich, MedTech-Branche? Ja, MedTech-Branche bedeutet, wie ich zum Beispiel mit Digitalisierung Menschen helfen kann. So wie jetzt Karl Lauterbauch auch sagt, wir brauchen die Patientenakten digital. Ja, Patientenakten, Röntgengeräte, MRT-Geräte, digitale Gesundheitsanwendungen. Gibt es da schon Unternehmen, was da on the front ist? Ja, es gibt mehrere Unicorns in Deutschland auch, die da mehr als eine Milliarde wert sind, die mit so Digital-Health-Anwendungen Geld machen. Und wenn ich jetzt Cannabis, wie gesagt, als Mental-Health-Community-Thema nehme oder zum Stressabbau oder so diese Lifestyle-Themen, ist das eben, schwingt das da mit in dieser Branche und damit eben in einem Markt durch die Demografie immer mehr älter werdende. Und wir haben verschiedene Therapieansätze und verschiedene digitale Möglichkeiten zu kommunizieren, auszutauschen. Und es gibt, ich mache mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich, aber das mich so ein bisschen in diese Richtung erinnert, ist zum Beispiel, es gibt so ein sehr erfolgreiches Startup, das ist Beer With Me oder so. Das heißt, ich trinke ein Bier und ein anderer trinkt ein Bier und man teilt das irgendwie über soziale Medien und so weiter. Also sozusagen zusammen an einem anderen Ort gemeinsam Bier trinken. Und solche Unternehmen, die gehen zu euch die Decke, weil die jungen Leute das irgendwie toll finden und leben in so einer vereinsamten Gesellschaft. Und dadurch kommt dieses Socializing und das gleiche kann ich natürlich hier in dieser Branche auch machen. Und zusammen erholen, zusammen Stress abbauen, zusammen irgendwie socialisen. Ja, und deshalb, ich gucke immer nach diesen Parallelen und da könnte ich mir gut vorstellen, dass es da auch einen Wachstumsmarkt gibt. Tipps für Startups. Hast du so einen Tipp für Gründer in der Cannabis-Branche in Deutschland oder Startups in Deutschland, gerade in Bezug auf diese schwammige Situation, diese schwammige Gesetzeslage, das Eckpunktepapier und jetzt muss aber da nochmal ein Entwurf durch. Hast du da eine Empfehlung oder was würdest du an der Stelle eines Startup-CEOs machen, der jetzt noch gar nicht genau sehen kann, wie es weitergeht? Ich meine, so ein Markt ist auf der einen Seite hart, auf der anderen Seite eine Riesenchance. Weil gerade in so transformierenden Märkten, die so an der Front sind, habe ich sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ich würde, wie ich schon sagte, jetzt als CEO eines derartigen Unternehmens eher so auf Markenaufbau machen. Und womit auch ich am Ende später Geld verdiene, ob es jetzt Community-Building ist, ob es jetzt in konkrete Produkte von Cremchen bis in Medikament geht, ist ja erstmal zwei, drei, aber wenn ich eine starke Community, also ein Netzwerk habe, eine starke Marke habe, die für das Thema steht, kann ich dann zu gegebenen Zeiten eine Dienstleistung oder ein Produkt nach dem anderen launchen. Also das eine kann ich sozusagen abwarten und das andere schon mal marketingtechnisch eben ausbauen. Okay, das heißt, eine Markenbildung kann man schon mal vorsehen, aber man kann natürlich jetzt zum Beispiel, oder es ist dann natürlich schwer, Investoren zum Beispiel ranzuholen, weil du hast ja gerade schon gesagt, Investoren wollen gerne Margen sehen und Produkte. Das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen schwierig schon, so wie ich das verstanden habe, schon Produkte rauszubringen, sondern man muss sich erstmal konzentrieren auf das Image und eine Community zu bilden. Natürlich kann ich in diesem ganzen CBD-Bereich natürlich irgendwelche Lifestyle-Produkte auf dem Markt haben. Das kann ich natürlich jetzt schon machen, aber ich würde am Anfang nicht über Investoren nachdenken, sondern erstmal bootstrappen und überlegen, wie kriege ich dieses Unternehmen hochgezogen, damit es mehr wert ist, bevor ich meinen ganzen Anteil schon mal verkaufe. Weil ganz am Anfang bin ich ja nichts wert und die Investoren kaufen dann zu sehr geringen Kosten meinen Unternehmensanteil. Deshalb würde ich am Anfang über eigene Projekte, eigene Dinge, Umsätze fahren, das Hochfahren, damit es auch interessant wird, über eine höhere Unternehmensbewertung, dann später über Investoren auch wirklich großes Geld reinzuholen. Ja, und gibt es Alternativen, wie man jetzt so Start-up-Investoren überzeugen könnte, als Start-up da zu investieren? Also, oder worauf achten denn jetzt gerade die Investoren, wenn es noch nicht, also abgesehen jetzt mal von Lifestyle-CBD-Produkten, worauf achten die jetzt besonders gerade bei so einem Cannabis-Start-up? Also ich würde sagen, früher war das so dieses klassische Businessplan, der 60 Seiten hatte, heute hat keiner mehr Zeit für sowas. Heute wollen die auf einer Seite sehen, A, wer seid ihr, was macht ihr anders, also warum seid ihr besonders, warum gibt es euch, womit verdient ihr Geld dazu, wer ist eure Zielgruppe ganz klar und wie wollt ihr jetzt sozusagen die Marke aufbauen und damit eben Geld verdienen? Also diese Fragen muss man beantworten, die verändern sich ja alle paar Monate nochmal. Also ganz klaren Plan haben, vielleicht muss man am Anfang auch sich irgendwie eine Zielgruppe oder sogar im medizinischen Bereich eine Indikation aussuchen, zum Beispiel, weiß nicht, ich sag mal, irgendwie Hauterkrankung bei Kindern oder irgendwie Ältere und Stress oder Frauen oder Männer oder Ältere, Jüngere. Also dass man ganz klar auf eine Nische geht und da man ein Use Case baut in einer Nische, zeigt, es funktioniert und dann die nächste Nische und so weiter. Dass man nicht so breit auf alles schießt, sondern mal einen ganz konkreten Case hat. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, ich sag mal, Entrepreneur-Ding, dass man erst mal noch nicht diversifiziert, sondern erst mal ein Produkt dann bringt. Okay, verstehe. Das nennt man ja auch so ein bisschen MVP, Minimal Viable Product. Ich baue erst mal, sag ich mal, eine Cremchen. Wenn die Cremchen funktioniert, die Leute kaufen die, dann mache ich eine ganze Kur daraus. Wenn das funktioniert, dann wage ich mich irgendwann an Medizinal-Cannabis dran. Wenn ich Erfahrung habe, die Marke, das Geld eingesammelt hat. Also ich baue erst mal ein kleines Produkt und dann die Komplexen. Wenn ich von Anfang an das Komplexe baue, brauche ich Jahre, viel Kapital und da verhungere ich auf dem Weg im Zweifel. Gibt es irgendwie Unterschiede zwischen, ich sag mal, klassischen Startups? Nehmen wir mal jetzt Startups aus der IT-Branche oder sowas. Gibt es dort krass große Unterschiede zwischen so einem Cannabis-Startup oder ist das im Prinzip dann so BWL-mäßig eigentlich alles das Gleiche? Ich würde sagen, das ist immer die Grundsystematik eines Unternehmens ist überall gleich. Und erfolgreich sind meistens die, die sowieso interprofessionell rangehen. Das heißt, bei so einem Cannabis-Startup, ich als Investor würde sagen, die brauchen einen BWLer, der sich mit Zahlen auskennt. Die brauchen einen Mediziner oder Biologen oder Naturmenschen, der da irgendwie unterwegs ist. Dann noch einer vielleicht aus dem, aus noch einem anderen Bereich, wie Marketing, nochmal neben dem Finanzer. Dann vielleicht ein Chemiker. Ich weiß nicht, aber ich brauche mehrere Kompetenzen. Das ist, glaube ich, das Wertvolle daran, dass man diese, und vielleicht einen Juristen, der auch noch diese ganzen juristischen Sachen abcheckt, damit man nicht die erste Abmahnung direkt bekommt. Wenn man dann sein Unternehmen gründet oder seinen Shop aufmacht, das ist ja das Erste, was in Deutschland passiert. Wenn ich als Unternehmen E-Shop aufmache, dass dann irgendeine Anwaltskanzlei sich auch spezialisiert hat, erst mal eine Abmahnung wegen dem Impressum schreibt. Also all diese Dinge. Deshalb ist, glaube ich, man ist gut beraten. Dann ist es eigentlich egal, ob ich Cannabis verkaufe oder irgendwie irgendwelche anderen Sachen, weil das Geschäftsmodell aufzubauen, und da habe ich Personal, Finanzen, Marketing, all diese Dinge, Produktentwicklung, die sind immer ähnlich, diese Prozessstufen. Deshalb Interprofessionalität ist da, glaube ich, schon wichtig. Das heißt, im Endeffekt ist es das Gleiche, bloß bei den Experten oder bei der Besetzung verschiedener Positionen muss man dann natürlich andere Experten vielleicht als bei der IT-Experte. Gibt es eigentlich schon Cannabis-Unternehmen, die an der Börse sind in Deutschland? Ja, ich glaube schon. Was heißt an der Börse? Es gibt ganz viele kleinere börsennotierte Unternehmen, die einen handeln dann mit Aktien, die anderen nicht. Die einen sind im DAX, die anderen nicht. Aber das ist ja, das ist immer so eine große Bühne. Aber ich würde mir eher die Frage stellen, ist das ein Ziel? Muss das sein? Nein, weil ich kann mit anderen Geschäftsmodellen viel agiler agieren. Weil wenn ich an der Börse bin, bin ich in der AG. In der AG heißt Hauptversammlung jedes Jahr, viel mehr Pflichten zu kommunizieren. Viel mehr Gegenstimmen auch. Ich weiß nicht, ob ich mir das antun würde. Ich würde mit einer schlanken UG GmbH erstmal losziehen und dann überlegen, brauche ich eben die größte, große Börsenwelt. Weil viele Unternehmen, die ich kenne, die leiden auch darunter in der AG zu sein. Schnellquiz. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserem standardmäßigen Durch-die-Blume-Schnellquiz. Das funktioniert eigentlich wie immer easy. Ich gebe eine Frage, die schnell geht, damit wir ein paar Statements von dir erhaschen können. Cannabis-Legalisierung, gibt es mehr Pros oder mehr Kontras? Ich glaube, mehr Pros, Klammer auf, wenn die Studien lagen und die öffentliche Meinung da entsprechend da sind. Cannabis bei Mental Health Konditionen, ja oder nein? Ja. Berlin oder München? Berlin. Wo wohnst du eigentlich selber oder wo bist du? Ruhrgebiet. Ruhrgebiet. Hausarzt vor Ort oder Telemedizin? Telemedizin. Startup oder Großkonzern? Startup. Deutschland oder lieber Ami-Investoren? Deutschland. Das war es eigentlich auch schon. Super. Von der Seite aus vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast als unser erster Professor Doktor. Ja, das freut uns sehr. Und ich glaube, wir haben super viele Informationen hier mitgenommen. Und ich sage, vielen Dank. Danke auch. It's not for everyone.